Auf eine Sparquote von über 10% zu kommen und wir haben nur 20 Jahre gebraucht, um auf eine negative Sparquote zu kommen. Das heißt, die Kunden geben das Geld aus, konsumieren, es wird überhaupt nicht mehr so viel gespart. Erschreckt Sie das jetzt? Wenn Sie haben den Seiltanz jeden Tag, Sie müssten quasi dort draußen jeden Tag den Balance-Rack spielen. Sie sind aber derjenige, der von Ihren Kunden geliebt wurde in den letzten 20 Jahren. Sie sind der Nette und Brave, dessen Bild sich jetzt dabei aus Sicht des Kunden verändert hat. Die Abwehrhaltung, meine Damen und Herren, die wir die letzten 5 Jahre immer härter zu spüren bekommen. Wenn Sie alleine sehen, das ist eine neue Studie über alle Berufe und wie viel Vertrauen diese Berufe haben. 76% haben kein Vertrauen mehr in den Finanzberater. 56$